Darauf hab ich geratet, ja! Da bricht der Nacken! 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 Was geht, meine Freunde, des besten Musikgeschmacks hier auf diesem Planeten und herzlich willkommen hier auf meinem Kanal Da bricht der Nacken! Heute ziehen wir uns rein, watch the world burn von Falling in Reverse, liebe Freunde. Ich hätte so gerne schon früher darauf reagiert, aber ich sehe es jetzt erst einen Tag her. Ja, liebe Freunde, eigentlich direkt gestern darauf reagieren sollen, aber verdammt, was willst du machen? Siehst du halt nicht. Meine TikTok-Community musste mich erst mal darauf aufmerksam machen. Liebe Freunde, ich sehe 1,6 Millionen Aufrufen vor einem Tag, Alter! Oh, Ronny, Digga! Hat er uns hier wieder auseinandergenommen? Ich weiß es nicht, Leute. Ich sehe hier knackige 3 Minuten 23 und ich werde jetzt einfach reingehen, ohne zu viel zu reden. Hier wird nicht geredet. Hier wird nicht lang gefackelt. Wir gehen direkt rein. Und, ähm, ja. Leute, ich liebe es. Popular Monster war mein Jam. Habe ich, glaube ich, ein halbes Jahr durchgehört, tot gehört. Und ich bin gespannt, ob, äh, Watch The World Burn so'n, äh, Wiederholungsfaktor hat, wie Papierler Monster. Liebe Freunde, seid ihr bereit? Ich bin's. Wir gehen los in 3, 2, 1, let's go! Wow. Ein bisschen lauter machen, Alter. Ich hab mich nicht aufgewärmt. Hab keine Ahnung, was auf mich wartet, ob das jetzt so eine Schnulze wird. Ich hab mich nicht aufgewärmt. Ich muss lauter machen. Trauma that I'm burying. I think I need some therapy. I battle depression. I'm back with a message. I'm asking the question that if you hate me, why you acting obsessive. I'm passive pointing no return. I'm being passive aggressive. I'm brandished and weapon teacher. You motherfuckers. I'm blessing. Yeah. I actually battle my demons and tell us as women in the deep and the deep and the terrible and the terrible and the loss. I decided with it that I'm living the life and I'm always dying to die. Ey. Meine Haare so. Wie ne Blume, Digga, im Frühling. Oh. Ich weiß nicht, ob man sieht. Ich hab so ne Gänsehaut. Liebe Freunde, ich muss nochmal zurück. Das kam unerwartet. Ich weiß, dass er rappen kann. Ich weiß, dass er gerne hier die float wie ein River. Aber das, liebe Freunde, was war das? Das Video. Du bist erschossen, Digga. Babababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababab! Digga, was geht hier ab? Wow! CGI! Sein Großonkel, Digga! Wie das Float! Oh, was für Eminem, Digga! Was für diese, diese Rapper heutzutage, heutzutage Maul! Die können sich alle ***en, Digga! Mal ganz übertrieben gesagt. Ich, ich, ich gehe davon aus, dass er jetzt nicht nur rappt hier in diesem, in diesem, äh, Song. Und ich glaube, er wird gleich engelsgleich singen. Der Refrain wird kommen und uns wegtragen, liebe Freunde. Uh, Kamera. Der Refrain wird uns wegtragen einfach. Er wird reinschauen, ne, der ist, der ist, der ist, der Junge ist voller Skills. Da können sie alle einpacken. Bei Gott! Ich, ich weiß nicht, welcher, ne, ich will jetzt hier nicht, äh, absolut Rant loslassen gegen alle Rapper. Ich meine, ich höre selbst gern Rap, ja. Aber, Respekt, Digga, Respekt. Weiter geht's. Das ist mein Lich! Go! Yeah! Auuuh! Digga! Circle Pits! Circle Pits! Digga! Alle rennen sie! Oh! Bloodbenskite! Hahahaha! Identifying! Hypnotizing! One day you're gonna figure out that everything ain't my sin! Ich flieg gleich durch die Bildschirm hier digga! Eeeh! Ja! Darauf hab ich geratet! Boah! Uh! Geil! Was geht mit dem Video ab? What? Was geht hier ab? Das ist nicht einfach so vorbei. Ich will mehr. Digga, was? Digga, was passiert mit der Kamera hier? Verdammter Arx, Alter. Leute. Wir müssen uns noch... Ich konnte es nicht genießen, weil ich war weggeflasht, Digga. Jetzt genießt du es einfach. Jetzt genießt du es einfach. Einfach so... Stille. Stille. Einfach so. Stille. Bei Gott. Bei Gott. Die sind... Die sind zu gut, Digga. Für die... Ich meine, es gibt Leute, die bestimmt zusehen und sagen, Ah, ja, gut, komm. Das ist alles so easy und... Digga. Es muss nicht immer ultra komplex sein. Ich meine, rap mal so. Wenn du irgendwas zu sagen hast, Digga. Rap erstmal so. Werd erstmal so groß. Guck mal, wo der herkommt, Digga. Habt ihr das eigentlich schon mal gesehen? Wo dieser Dude herkommt? Wie lange er grindet für das, was er jetzt ist? Respekt, Digga. Uff. Ich gönne ihm vom Herzen, Digga. Ich gönne ihm... So sehr, als wäre es mein eigener Bruder, Digga. Ich habe keine Geschwister und keine Ahnung, wie die Geschwisterliebe ist, Digga. Aber... Hier empfinde ich Bruderliebe, Digga. Ich lese kurz die Kommentare, Digga. Die Leute sind absolut baff. Auch hier 1,5 Millionen in a day, well deserved. Ist so, Digga. Das Ding hat... Das... Ich bin gespannt, was da... Leute, mein Gehirn ist gerade... So. Ich bin gespannt, was danach noch kommt. Weil es ist so abrupt vorbei. Kann sein, dass der nächste Song nochmal absolut geisteskrank wird. Komplett. Kann sein. Man weiß es nicht. Freunde, wenn euch der Song gefallen hat, wenn euch meine Reaction gefallen hat, smackt den Like-Button weg, ballert ein Abo rein, falls ihr das noch nicht getan habt. Falls ihr euch noch nicht kennt, gönnt euch auch mein TikTok. Dort gibt es auch täglich Daily Content, liebe Freunde. Aber hier YouTube einmal pro Woche momentan. Vielleicht gibt es in Zukunft mehr, aber liebe Freunde, wenn es euch gefallen hat, smackt den Like-Button weg. Schreibt mir in die Kommentare, wie ihr den Song findet. Was ihr davon haltet, Digga. Ich bin komplett... Ciao. Ich bin nass geschwitzt gerade. Ich sitze hier noch in... In fucking... Schlafklamotten-mäßig, Digga. Ich bin aufgeweist. Ich sehe so, nein, fuck dir, neuer Song. Ich wollte direkt reinhören. Ich wollte direkt Spotify-Kopfhörer reinhören. Aber dann habe ich gesagt, nein, ich muss reacten, Digga. Ich muss das mit euch sehen, liebe Freunde. Ich bin... Ich bin ciao, Leute. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Und bleibt sauber und schreibt mir in die Kommentare, Digga. Schreibt rein, was ihr davon haltet. Ich bin sehr gespannt. Macht's gut. Ciao. Ciao. Ciao.